Was ist da los? Warum mache ich jetzt so komische Sachen auf dem Boden auch noch? Hilfe! Meine Pfeile treffen die Gegner voll nicht und so. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Jetzt habe ich schon wieder eine Liniebomb eingesetzt. Ich setze mal irgendwas ein, woran ich keine Ahnung habe. Willkommen zu einer neuen Runde PvP Falldown. Und zwar mit dabei heute mal wieder der LP mit Kev. Hallo liebe Freunde. Mit dem ewig nichts mehr gekommen ist und wir wissen noch gar nicht auf welchem Kanal das hier kommt. Denn wir nehmen beide auf. Denn man weiß ja nie wer da jetzt was Gutes bei rausbekommt. Richtig. Man weiß ja nie wer jetzt hier der Oberbaba ist. Und der Oberbaba wird nur hochladen. Das heißt wenn ihr bei mir schaut schaut bei Nordop vorbei. Wenn ihr bei Nordop schaut schaut sie bei mir. Dann schaut nicht bei Kev. Ja doch schaut bei Kev vorbei. Ja weil wir halt die abwechselnden Folgen sind halt nicht die gleichen Folgen. Wenn ihr anständig Action geboten kriegt. Exakt. Das heißt ihr könnt zwei Folgen. Alles wert Juhu. Oh direkt Eisenschwert. Dia-Oberteil. Diesmal habe ich gute. Oh Dia-Schwert. Oh nice. Ich kriege diesmal gute Ausrüstung. Man muss dazu sagen wir haben eben gerade schon eine Runde versucht zu spielen. Aber das ist es nicht ganz so gut gelaufen. Kev hat irgendwie rumgebackt. Ja. Ich bin nicht gestorben aber war dann tot. Im Chat stand auch nicht dass ich gestorben bin aber ich war weg. Ja ja das war ganz komisch. Kev war der Spectator. Hat aber vorher noch nicht geschlagen und dann stand auch nicht erst gestorben und sowas. Komisch. Ich habe eineinhalb Stapel Pfeiler. Krass. Irgendwie kriege ich keine Items mehr. Also ich habe so ein bisschen Ausrüstung bekommen. So ein Hut wäre noch ganz schön. Das täte mir gut. Ah bitte komm schon. Gute Items. Ja eine Tierhose. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Blaze Powder. Also vor allem das ist echt. Das macht echt Spaß. Das ist immer mal wieder eine schöne Abwechslung. Auch wenn ich es irgendwie nicht so häufig spielen kann. Oder nicht so häufig spiele allgemein. Aber. Kann man immer mal wieder zwischendurch einfach mal so Spaß haben. Ah ich habe hier einen Hut. Oh der Hut. Schön. Cold Shanks. Blaze Powder. Pfeile noch dahin. So. Hm. Was ist das denn? Okay. Achso das ist ein. Oh das sieht nicht schlecht aus dieses Kreuz. Aber suche ich erst mal. Also ich habe ein Dias-Schwert. Ein bisschen Rüstung aber nicht voll. Ich hätte noch ein Oberteil und eine Hose wenn wir uns finden. Aber früher stand hier ein Inchanter. Wo ist denn der? Und die umgebaut. Da ist ein Kaul dran auf jeden Fall. Dann packe ich dann erst mal. Eine Schwarzbude. Ich habe ein Healing Cake bekommen. Sag mich nicht was das ist. Healing Cake klingt gut. Was habe ich da bekommen? Shane. Shane Alden. Faziert euch Leute. So. Wo ist jetzt aber ein Verzauberung? Ich habe einmal jetzt Flashbang. Supershock. Und Healing Cake. Okay. Ich habe keine Pfeile. Ich habe auch ganz viele Pfeile. Könnte ich abgeben. Ich habe keinen Plan von den meisten Sachen. Feier. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin bei dem Kaul dran. Der auf diesem kleinen Schneehügel draufsteht. Bei der Brücke zu einem Riesenbaum. Kommst du in den Wald? Kann ich machen. Ich zauber noch kurz. Ja genau. Wo kann man verzaubern? Bei der Brücke auch. Scharpen ist 1. Fire Aspect 2. Versuchen wir nochmal. Scharpen. Ah einmal noch. Oh ist VZ. Na Smite bringt nicht viel. Power 1. Flame 1 ist nice. Wird nix. Ja komm schon. So. Fertig mit meiner Ausrüstung. Oh Gott. Ich habe viel zu viel Level eigentlich verschwendet hierfür. Ja ich glaube auch Level. Ich verschwende. Sieh. Da ist jemand hinter mir. Das finde ich gar nicht gut. Oh. Der Zeit ist. Ich mag diese Asi Sprache. Komm. Du brennst schon schön. Higst noch ein Pfeifen mehr. Noch ein. Komm. Ich kriege so ein Schwert noch. Ah. Direkt Kill gemacht. Bist du da? Nee. Das ist auch nicht Kev. BAMS. Moment diese Leute mit den ganzen Fire Partikeln. Das regt mich voll auf. Weil ich alles immer nur so brennt. Oh. Oh. Was macht denn der jetzt? Ist jemand gestorben? Das Kev. Das Kev. Warte. Mach aber den fertig. Ey nicht mich? Ja ich wollte nur doof gucken. Ja der Pfeil trifft ihn nicht. Was ist da los? Hier. Friss das. Wieder nicht. So jetzt hier noch ein. Das ist noch ein von mir rein. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Nein. Ist immer noch ein. Was? Was? Du bist down. Nee. Nein nein nein. Ich sehe. Gut. Ich habe irgendjemanden umgelegt. Wie auch immer. Ich habe gar nichts gemacht. Die ganze Zeit. Aber ist jemand gestorben. Hier. Nimm mal die Snow Bomb da. Und die Fire Bomb da. Alles einfach raus. Alles voller Partikel hier. Kommst du mir? Kommst du mir? Du bist vor mir. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Ey. Vielleicht mit Farben. Ne. Farben blind bin ich. Weil ich die ganze Zeit mit Flashbangs werbe. Achso. Das war die Ninja Bomb. Die wollte ich eigentlich. Ah fuck. Ja gut. Jetzt bin ich auf dem Hügel. Auch schön. Was? Hört mich. Oh oh. Der hat einen Kopf. Was macht er mit dem Kopf? Nein 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 nein. Ich bin down. Nein. Oh. Granat. Nein. Jetzt parke ich rum durch die Granate. Du standst ganz vor mir. Du hast nur zugeguckt. Ich habe die falsche. Das falsche Ding ist benutzt. Ich habe eine Ninja Bombe benutzt. Leute. Ich bin so oben auf dem Berg. Ja ich. Was mache ich hier die ganze Zeit? Ich kriege Schaden. Ach Hero Boyne ist da. Ah was ist das denn? Aua. Du bist rot bei mir. Was noch? Ich kriege die ganze Zeit Schaden. Durch Hero Boyne anscheinend. Eil ist da weg. Das ist weg. Was war das? 19 Sekunden ist Hero Boyne da. Vor allem was macht Hero Boyne? Ich habe das noch nie gehabt, dass das geklappt hat. Ich habe die mal vor ihm gebracht oder so. Ganz komisch. Bin ich dann tot? Augenkrebs. Schreibt jemand. Der los ist Augenkrebs. Da vorne links. Leute da ist einer los. Komm mit dem Witz. Das Wasser ist explodiert. Scheiße. Das ist Hero Boyne wahrscheinlich was. Wasser kommt wieder. Vorsicht. Ja. Das Wasser wird mich hier tränken. Scheiße. Pass auf. Was da los. Was mache ich jetzt so komische Sachen auf dem Boden auch noch? Hilfe. Ich kenne. Meine Pfeile treffen die Gegner voll nicht und so. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Jetzt habe ich schon wieder in die Linie Bombe eingesetzt. Ich hätte immer irgendwas einfach, was ich keine Ahnung habe. Wo bist du? Jetzt habe ich mich mit einer Linie Bombe auf den Berg verzogen. Mit einer Linie Bombe sehe ich gar nicht. Bei diesem Kreuz auf dem Berg. Was? Du bist da hochgekommen? Eine Linie Bombe habe ich einfach eingesetzt. Jetzt bin ich hier oben. Mal raus oder wie? Anscheinend. Ich bin jetzt hier oben gewesen. Also denke ich mal ja. Was? Läuft ein Zombie. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch jemanden mit meinem Bogen erwischen kann. Schön. Da. Da sind zwei Leute. Teamgearer laufen. Wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn? Ja, ich glaube, die Krips sind nicht. Ah, fast. Da hat man stehenbleiben. Über den Screener. Nee, Hilfe, kein Screener. Nein, lieber nicht. Da läuft jemand. Das mit dem Redstone ist auch richtig geil, ne? Circuit ist echt nicht schlecht. Komm mal, hier. Du versteckst dich. Ah, bam, kriegst du mich die Fresse. Ah, ist runtergefallen. Oh Gott, mit dem Redstone, das ist halt übertrieben stark. Ja, ja. Treffer. Ohne Witz. Ach, das ist Hierobo ein. Geh, ihn. Meine Pfeile prallen so in der Luft ab direkt. Ganz komisch. Hier kriegst du das Novo. Ist erstmal weggeflogen jetzt wieder. Bis dein Redstone weg ist, das kann ich sonst nicht. Nein, ich krieg's auf jeden Fall. Der muss hier hochklettern. Aber Pfeilschaden gibt's hier nicht bei Falldown, ne? Äh, könnte sein, dass es noch gibt. Weiß ich nicht. Warte, YOLO. Nein, gibt's nicht. Oh, Eier. Eier. Eier, Eier. Eier haben Schnee. Hey, vor allem, wie hat der mich erwischt. Der ist so 1000 Meter weg von mir. Nee, vor dir. Alter, machst du ein Damage. Komm, stirb. Hier, ich hab'n Bogen. Bam. Ich hab' noch übern Stapel Pfeil. Komm, komm. Attacke. Ja, da krieg ich mir ein Schwert wieder zu spüren. Hier, ich hab' jetzt ein bisschen wieder im Wasser, ne? Oh, ich hab'n Bogen. So nicht. Meine Pfeile prallen an mir selber ab. Das ist scheiße. So, nimm das. Mieser Wasserkampf. Von, wie, einfach. Wie viel hätten der aus? Bleib mal stehen hier. Komm, komm, komm. Trau dich. Da hab' ich direkt wieder eine mitgegeben, ne? Ja, das Wasser gibt mir halt so mehr oder weniger einen Schutz vor dem Feuer. Aber wie viel hält'n der aus? Hinter dir! Hab' ich gesehen. Hier, nimm mal das und nimm das noch hinterher. Dass ihr mich nicht in Ruhe kämpft lassen könnt, ne? Hier, eins gegen eins. Mann gegen Mann. Aber nein. Muss erstmal Hauptsache noch eine Frau dazukommen. Ja, so, komm. Das sind die einzigen beiden. Mehr gibt es nicht. Die Pfeile prallen die ganze Zeit in der Luft ab, so. Ne, aber du kliffst trotzdem. Das haben die gefixt. Das heißt, das sieht zwar so aus, wenn die abfallen, aber man kliffst trotzdem. Jetzt laufen die beide weg, oder was? Oh, nein. Ja, nach der Brücke unter anderem im Wald. Ist das albern. Ich hab' den Wald. Beibach-Taktik! Beibach-Taktik! Perfekt studiert von Kev. Da ist er, da ist er. Na, na? Da hast du mich nicht gesehen, ne? Warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Hier, 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 hier. Bleib stehen, bleib stehen. Komm, Beifuß. Pfeilenrücken. Jetzt kämpft er von vorne angegriffen. Stopp ab! Jetzt frisst das, so komm, damit bleibst du am Boden. Hä? Das hält ihn noch auf, dachte ich, Shana. Ah, du hast das Spielchen getroffen. Ah, Eier! Ja, da ist er weg. So, einer noch. Ein einziger noch. Ich will mehr Eier, damit ich Leute damit abwerfen kann. Wo ist er, wo ist er? Ja, auf der anderen Seite des Berges. Wieso ist er hier oben? Das heißt, er ist wahrscheinlich viel, viel stärker, ne? Boah, hier sind überall Eier. Ja, ja, die werfe ich gleich auf ihn. Macht zwar nichts, aber Hauptsache, ich spawn hoffentlich Hühnchen in der Fresse. Das kann doch nicht sein. Das ist der Trick. Wo ist denn er? Ich weiß nicht, wo er ist, leider. Ich weiß das auch nicht. Die Blitze sagen sie eigentlich, ne? Die Blitze spinnen. Alle sind auf der anderen Seite des Berges. Genau, auf der anderen Seite. Der läuft auch rum. Du musst in die andere Richtung rumlaufen. Hm. Ich warte einfach, bis er kommt. Wo bist du? Ich geh im Berg. Ah, da ist der Name. Ich seh ihn. Yosh... Yohasakura97. Ja, ich seh ihn. Bin bei. Fliegfall. Trifft ihr nicht. Komm schon. Eins geht... Ah, ja. Ah, ja. Was? Ah, der ist als Hero Brine eh viel stärker als ich. Wahrscheinlich. Mal schauen, ne? Ah, Hero Brine hält doch nicht das ganze Spiel. Das wäre doch imbar. Das ist dafür auch eins von diesen seltenen Items. Das hält voll lange. Ich glaube, ich habe keinen Plan davon. Mir wurde nur gesagt, Hero Brine gewonnen. Gut. Dann fix mit Hero Brine. Schön. Und wieder eine Runde gewonnen. GG. Dann würde ich sagen, die zweite Runde seht ihr bei Kev auf dem Kanal. Also schaut unbedingt vorbei. Da seht ihr noch eine Runde von Kev und mir zusammen. Und wenn euch die Runde gefallen hat und ihr mehr fordern wollt, lasst eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kev, sag Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.